Ich bin der Flamor Scholia. Wir haben den 6. Oktober 2021 und hier ist der Hausrot Schwanz. Der ist jetzt gerade von oben runter zu fliegen gekommen. Und wir haben ganz kurz hinten den roten Schwanz gesehen. Wenn er fliegt, dann sieht man das sehr gut. Vielleicht fliegt er noch mal. Ich warte jetzt mal ab und schaue. Vorher war noch die Amsel hier. Jetzt gehört man sie. Sie bewegt sich dort auch noch. Jetzt hat man sie fliegen. Jetzt sieht man die zwei Augen. Jetzt hat man ihn noch gesehen fliegen. Und er fliegt eben dann, wenn ich wegschauen. Also ich schaue den Weg, wenn er wegfällt. Jetzt ist er wieder weiter fliegen. Und hier haben wir die Backstelze. Das war die Backstelze. Jetzt habe ich beide in einem Video. Und da kommt schon der Nächste zu fliegen. Schaffe ich sie aufzunehmen? Ja. Wir hören sie gut. Und die Auf- und Abbewegungen sind grösser als beim Hausrot Schwanz. Und dort draussen haben wir noch den Bussard. Jetzt habe ich die Amsel kurz zeigen. Jetzt ist sie ungefähr in der Mitte des Bildes. Und da oben ist noch mal der Bussard. Ich bin der Flemmor Schala. Wir hören den 6. Oktober 2021. Ich bin der 21. Ich bin der 21. Gebeziehen. Untertitelung des ZDF, 2020